Man, Heiko, nicht immer die ganze Wassertagen. Schwimm doch mal wie ein normaler Mensch. Los, los, jetzt zeig mal, was ein richtiger Vortrieb ist. Freilschwurm, du schwimmst, Freilschwurm. Ja, ja, richtig erkannt, Leute. Ich bin Sandbart, der Kiesseefahrer. Dann sind Sie das, der damals beim Buchholzer Stehsegeln mit satten 2 kmh eine Seerosee rammt hat und rief, Lust auf ein Eis? Na, wenn ich den Löffel jetzt noch halten kann. So, ein Gemischte mit Früchten, ein Schwarzwälder Kirsch und drei Schweden-Eisbecher. Den Unterschied schmeckt man aber sowieso nur an der Frau vom Löffel. Da können Sie sich hinsetzen, wo Sie wollen. Hier schmeckt jede Sorte gleich. Faszinierendes Konzept. Ja, damit kein Neid aufkommt. Ja, sonst wollen wir alle voneinander kosten. Genau. Das riecht nach offnem Mülleimer. Aber nach einem offenen Westmülleimer. Sie sahen die italienisch-russische Koproduktion Die Rache des weißen Indianers mit Frank und Nero. Wie weit, weil doch ein normales Leben hier und Rastro. Dann hättet ihr mich erst wahrleben müssen, wie ich damals einen Rudelwölfel mit der Kettlust erschlagen habe. Im Zoo. Sag mal, der hat wohl einen Brain Freeze. Komm, wir schieben die Stühle ran. Oh ja, das liebe ich, das ist wie Schach. Und hier noch ein bisschen Katzengold aus dem Intershop. Sag mal, wo habt ihr eigentlich diese uhrsscharfen Klamotten her? Na, aus der Früh sind sie ausgeschnitten. Alles klar, ihr Klorknaben. Ich würd an eurer Stelle mal den pH-Wert überprüfen. Tschüssi. Ach, da ist ja ja keiner. Oh Gott, das ist ja peinlich. Sankt-Outro-Vert... Sankt-Outro-Vert... Lieber Sankt-Outro-Vert... Es ist... noch nicht so weit. Sankt-Outro-Vert... Untertitelung des ZDF, 2020